Tja ihr Lieben, One Hour Into Sunset Overdrive, Cracktime auf LSD oder auch nicht oder doch schlimmer? Das werden wir gleich rausfinden. Oh oh, Musik. Ich sehe schon Probleme, wir werden auf mich zukommen mit der ganzen Musik, aber das soll jetzt erstmal nicht das Problem sein. Äh, uh. Hallöche Popöchen. Ne. Der Große sah ein bisschen aus wie der Heavy von Team Fortress. Oh, ja. Um Gottes Willen. Das ist... Ne, ach, da gibt es noch mehr. Sehr schön. Ne, auch... Oh, ne. 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 Hm, ein bisschen viel. Aber wahrscheinlich. Zöpfe. Ja. Haarfarbe. Grundfarbe. Orangen. Ne, was? Was? So, hier. Gesichtsbarung. Sehr schön. Schneid ihr davon mal eine Scheibe ab, Destiny. Hä. Hm. Aber noch nicht so der Hammer. Ne, gut. Richtig gefahren. Und ab geht's. Augenbrauen. Ja, Augenbrauen hat er auch. Nicht Gewalt. Ne, nicht Gewalt. Ne, das lassen wir mal lieber aus. Oha, da ist die Kacke ja schon richtig am Danken, wie es aussieht. Total am Arsch. Sehr gut. Aber die Klamotten gefallen mir noch nicht so richtig. Und jetzt zum Rest. Der Rest sieht ja schon mal ganz schick aus. Wie mach ich denn? Irgendwas. Ausweichrollen. Ah, ja. Huch, die Stimme. Die will ich aber nochmal hören. Die kam mir ein bisschen bekannt vor. Was? Was zum Henker passiert hier? Sie sind ja auf die Tersen. Ich muss nach Hause. Das ist doch die Stimme hier. Wie heißt denn der Dicke? Superbad. Oder... Oder 21 Jump Street. Hey. Ich muss hier wohl ein wenig kreativ werden. Abgefahren. Oh, oder auch nicht. Ja, genau. Jetzt über dieses Ding rüber. What? Ne. Wenn ein Geschütz anfängt mit mir zu reden, ist das offensichtlich ein Traum. Ein abgefahrener Traum auf jeden Fall. Oh, 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 oh. Scheiße. Haha, scheiße. Sehr schön. Blam. Mhm. Ah, ja, okay. Hier drüben. Ich hab ne Knarre. Ja, genau. Die Knarre... ... sieht interessant aus. Ich werd' dich nicht vergessen. Typ, den ich nicht kannte. Na dann lass uns mal loslegen. Ich bin ein guter Schütze, oder? Wo fahr ich denn überhaupt hin? Heidewitzka. Achso, ich muss ja, ja, gut an den Götanten töten. Da steht's ja. Der ist ja gerade hier. Düssl schnell. Ich glaube, ich hab den Wogen raus. Ektisch, aber cool. Ach, hey. Äh, für ne Prothese. Arnrin. Arnrin. Erkarrt schon wieder. Let's über. Oh, was ist man denn hier? Hm, Munition? Hier drüben, du hässlicher Huhn und Sohn! Oh, Colonel O'Neill. Zumindest von der Stimme. Wird ja immer besser, Mensch. Tja, den dicken, glaube ich, wir müssen später nochmal vor. Okay, endlich kann ich nach Hause gehen. Oh, scheiße, ich bin. Oh, scheiße. Ich empfehle schon, dass ich fühle, es wird eine relativ launige Stunde. Was? Ach, das habe ich schon mal gesehen im Trailer irgendwie. Ja, ja, alles klar? Ja! Im Namen von Fisco möchte ich sagen, dass wir uns darauf freuen, unseren neuen Energydrink in ein paar Wochen mit dem Fenster zu teilen. Aber heute Abend geht es nur um euch, Sunset City. Wow! Alles klar! Ihr dürft die Weltbein Ersten sein, die trinken! Overcharge! Yeah! Ich bin klasse! Guter Wurf. Guter Wurf. Und zu uns. Cool. Ach, deswegen auch die dollen Klamotten. Ich hasse diesen Job. Ah! Verzieh dich! Freak! Freak! Du bist zur Hölle! Aber wirklich Freak, ey! Iiiiiiiiih! Wie! Geh... sehr cool noch besser kein job keine uniform kopf kopf hatten wir schon augenfarbe rot abgefahren so gesichtsfarbe körper schmuck was nee eher nicht cool sonnenbrille nö geht auch erstmal so kopfbedeckung was haben wir denn da auf keinen fall das war es schon da mutten dach da unterwäsche bluse nee oh hemd noch hawaii hemd cool aber irgendwie nee maler tank top t shirt oh das sieht auch gut aus äh nein so handschuhe schade so cool kopperschmuck gibts nicht bei bekleidung unterwäsche schlüpfer ja nee anzughose caprihose mhm cargo mhm schon eher nee nee auch nicht oh ja oder nee nee jawoll rot ist immer gut ein paar schicke fette schuhe oder auch nicht na gut hauptsache rot so kopperschmuck gab es nicht gleich mal speichern für später so körpertyp gesicht achso alles klar haben wir das auch geschafft oh junges im bruder so wie es aussieht so körpertyp der alte mann folge mir warum hilft der mir wer bist du ich bin walter der typ der dir gerade den arsch gerettet hat es gibt noch einige überlebende in der stadt aber nicht mehr lange nimm das sprichstange auf ach da cool aha j zeig mir was du drauf hast was meinst du mit zeig mir was du drauf hast hilf mir naja alles in ordnung mach weiter so hör auf mich zu verurteilen und hilf mir so der nächste bitte nicht schlecht wir treffen uns auf dem basketballplatz wieso damit du mich im stillen weiter verurteilen kannst der bursche hält ganz schön was aus nicht schlecht ich bin sogar voll noch da hm hm soll das ein test sein verdammt richtig ich habe andere überlebende wie dich getroffen die haben mehr ärger gemacht als sie wert waren die leiche da drüben war das einer von ihnen hey toter typ was erwartet mich hier bricht diese kiste auf hol dir die knarre cool jetzt wechsle zu deiner neuen waffe ähm wie mach ich das abgedrückt halten na klar so was ist das denn dann war ich verdammt gut warte hier interessant mach dich bereit auf odys zu schießen odys overcharged doofies mein partner floyd sagt das kriegen von overcharge lässt ihr endokrines system übersteuern ich schmeiß ein wenig overcharge in den ruch mach dich bereit für den praxistest die odys sind süchtig nach dem zeug die werden schnell hier sein da kommen sie Jahr man Dead ja früher hier kurz Hau Hau Du lebst noch, das ist ein gutes Zeichen. Hm, Munition, sehr gut. Komm schon, was? Nicht absichtlich, aber sie geben sich alle Mühe, es zu vertuschen. Der Rest der Welt denkt, dass wir an einem Virus draufgegangen sind. Komm schon, wir müssen in Bewegung bleiben. Hm. Waffenladen? Sieht jetzt mal so aus. Das hier ist Two-Head Jack. Er stellt Waffen her. Ha. Du unterschätzt mich, Kumpel. Ich bin ein Meisterhandwerker. Ich stelle unglaubliches Zeug her. Na, mach schon. Kauf eine Waffe. Cool. Mhm. Hui, ui, ui. Ah, das ist Geld, die Dosen jetzt. Alles klar. Du willst mehr Waffen haben? Dann komm mit mehr Overcharge zurück. Deal? Komm, ich will dir Floyd vorstellen. Hm. Hey, wer ist das? Unser neuer Partner. Alles klar. Ich heiße Floyd. Hallo, Floyd. Eindringlinge. Oh. Es gibt also nicht nur Bekloppte hier. Also Bekloppte Monster. Das ist unsere Bier. Scrap-Schütze. Hey. Weiter so. Du weißt genau, was du tust. Wer sind die Kerle? Die Scabs. Verbrecher, die einen Ohnegrund abknallen. Am besten du erwischt sie zuerst. Dir ist schon klar, dass uns das zu den Scabs der Scabs war, oder? Schwing deinen Arsch daraus und grind und bounce um dein Leben. Wenn du stillstehst, killen die dich. Ich will nicht mehr, ich will nicht mehr. Wenn du auf dem Boden bist, zerpflücken die dich. Grinze oder Bounce um ihren Schüssen auszuweichen. Ich Bounce, ja. Oha. Bedeutend besser. Es geht auch noch Olivia. Na, dann wo Geld? Ich erklär's dir unterwegs. Ganz allein? Hey, ich weiß, dass es da draußen echt verfickt unheimliche Scheiße gibt, aber es kommt mir nicht mehr aktive an, wenn du dir sagst, dass du Spaß haben wirst, dann hast du auch Spaß, stimmt's? Hey, die verfluchten Odies reißen dich in Stücke, sei vorsichtig. Mhm. Okidoki. Na ja, dann mal los. Ich hab den Standort der Teile auf deiner Karte markiert, aber sammle auf jeden Fall alle davon ein. Ich war ein Fisco-Wissenschaftler, Leiter des Extremophil-Teams. Diese irren kleinen Mikroben sind die gehaltenen Zutaten in Overcharge. Potenzial ohne Ende. Ich hab Fisco gewarnt, dass sie gefährlich sein könnten, aber sie haben die Warnung in den Wind geschlagen und mir nicht genügend Zeit für weitere Forschung gegeben. Also, wenn du Overcharge in einem Hochdruckfass kochst und genau die richtigen Zutaten reinmisst, kriegst du wirklich krasse Scheiße. Ich nenn sie Amps und vertrau mir, du wirst sie lieben. Sein Deckname ist nicht etwa Heisenberg, oder? Heisenberg, sehr gut. Oh, 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 nicht gut, nicht gut. Die Geräusche gefallen mir sehr gut. Oh, Mulition! Ich glaube, ich hab sie alle erwischt. Weiter die Gleise runter, da ist noch ein Truck! Spring auf die Gleise und grinden zum nächsten Hau. Ach, ich bin voll, alles klar. Hey, wenn du irgendwelche roten Fässer siehst! Ich habe schon jede Menge Spiele hinter mir. Ich weiß, was man mit roten Fässern anstellt. Guter Mann. Genau das. Na, Angriff, okay. Giddi, giddi, git. Okay. Ähm, Floyd, diese Kerle mit den riesigen Saftköpfen gehen auf mich los. Das sind Audis, die zu viel Overcharge gesoffen haben. Wir nennen sie Popper. Nenn sie lieber ab, bevor sie näher kommen. Sie kommen den Hügel runter. Ja. Ok, deswegen heiße ich so gut Popper. Boah. Au. Also, Floyd, eine Sache verstehe ich einfach nicht. Wieso sollte Fisco seine eigenen Kunden vergiften? Du verstehst das falsch. Das Ganze war ein Unfall. Die Fisco-Manager waren so um die Konkurrenz besorgt, dass sie Overcharge überstürzt durch die Tests der Regierung brachten. Sie haben es verkackt. Und jetzt tun sie alles, um den Wert ihrer Aktien zu schützen. Wir kommen nicht lebendig aus dieser Stadt raus, oder? Nicht mit dieser Einstellung. Hör mal, ich seh das so. Die Apokalypse ist unsere Chance zu sein. Was war das? Keine Scherps, keine Regeln! Sie fasst. Apokalypse der Herzen! Bob. Sehr schön. Ja. Mir gefällt's. Hol dir deine Belohnung ab. Na, das mach ich doch gerade. Okay, ich hab an ein paar Dingern namens Amps gearbeitet. Ich hab ein paar, die fast fertig sind. Ich brauch nur noch ein paar Dinge, um sie fertigzustellen. Na, ist ja klar. Da sollten ein paar Physi-Ballons in der Basis sein. Knapp sie dir und bring sie her. Klasse! Klasse! Nur noch zwei mehr. Ja. Ja. Klasse! Nur noch zwei mehr. Ja. Das war der letzte. Nimm die Ballons zur M-Kammer, um die Ms fertigzustellen. Ja. Ja. Ja! Jetzt musst du diese Amps ausrüsten. Wie? Ich meine, wenn das ein Videospiel wäre, könnte ich einfach ein Menü öffnen oder so. Hör mir zu, Spieler! Ähm, wieso höre ich körperlose Stimmen? Weil du noch einiges zu lernen hast und Studien zeigen, dass das der beste Weg ist. Du rüstest Amps im Charaktermenü aus. Es gibt verschiedene Kategorien von Amps. Wähle den Slot für Helden Amps aus und deine Nock rüste deinen Helden Amp aus. Und jetzt bist du mit Amps am Start. Bääääh! Lass uns jetzt deinen Waffen Amp machen. Wähle die Waffe, die du erweitern willst. Mh. Waffen Amps können nur für Level 2 Waffen verwendet werden. Okay. Wähle einen Waffen Amp, um deine Waffe damit auszustatten. Und jetzt tritt ihnen ordentlich in den Arm! Ich fühle mich überhaupt nicht anders. Ach ja. Amps werden nur aktiviert, wenn du mit Style kämpfst. Das ist die Style-Anzeige. Ah ja. Deine beste Freundin. Verwende Überquerungskombinationen, um deine Style-Anzeige aufzufüllen. Bounce, grinde und schwinge. Bleib in Bewegung. Das Töten von Feinden beim Grinden, Bouncen und anderen Akrobatik-Übungen trägt auch zum Style-Wahl. Du musst üben. Geh zum Fahrplatz und aktiviere deinen ersten Amp. Bounce auf Autos und Grinder auf Kabel, bis du Style-Level 1 erreicht hast. Mal gucken, wie ich das hinkrieg. Wähle die High-Fidelity aus. Hab ich. Oh, ja, 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 ja. Okay, jetzt testen wir den Amp. Verwenden die High-Fidelity-Amp. Achso, ich sollte vielleicht mal weiter bouncen? Und jetzt wende das eben Gelände an, um die Modus zu erledigen. Hm. Moment, ich hab doch gerade noch... Genau. Unterschiedliche Style-Level aktivieren unterschiedliche Amps. Huuuuh, da geh ich lieber nicht rein. Amps werden bei Style-Level 1 aktiviert. Klappen- und Wahlkampf-Amps werden bei Style-Level 2 aktiviert. Typische Amps werden bei Style-Level 3 aktiviert. Bei maximarem Style rasten alle Amps teiflich aus. Das hört sich interessant an. Du singt deine Style-Anzeige. Also bleib in Bewegung und töte. Nicht träumen, es ist fast vorbei. Das ist der Combo-Zähler. Du kriegst Boni für mehrfache Kills und Überquerungskombo. Je höher dein Combo-Zähler ist, desto schneller wächst dein Style. Tritt ihnen in den Arsch. Du bist jetzt auf dich gestellt. Versau es nicht. Jaaa! Jaaa! Das nenne ich Kämpfen mit Stil! Komm zurück, ich hab gute Nachrichten für dich! Aber hallo, das wird lustig! Wenn das Zeug fertig gekocht ist, hab ich einen Amp für dich. Wir kochen diesen ganzen Mist, um neue Amps zu machen. Vertrau mir! Du willst Amps! Und denk dran, sobald diese Scheiße hier zu kochen anfängt, werden uns die Odis die Bude einrennen. Oh je. Und das Wichtigste. Halte diese Wichser von den Fässern fern. Wenn du versagst, kein Problem. Das ist die verfickte Apokalypse! Mach's einfach nochmal! Gut zu wissen. Ich hab Barrikaden und Fallen rund um die Basis aufgestellt, aber sie werden nicht lange halten. Geh da raus und halte die Odis davon ab, in die Basis zu gelangen. Oioioi, krieg ich erstmal noch Munition? Scheinbar. 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 Na dann, Haladin. Scheinbar. 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 Uiuiui, das zum Batzen. Spring ihnen in den Weg, bevor sie es überhaupt in die Basis schaffen. Sie sind in der Basis. Wir dürfen sie nicht zu den Fässern kommen lassen. Hey, Alter, sie sind bei den äußeren Barrikaden. Halte die Füße in der Basis nicht schnell. Grind und bounce, Baby. Sie durchbrechen die inneren Barrikaden. Du hast jetzt ein paar unterschiedliche Warten. Verwende sie. Stimmt. Lass sie nicht über die Barrikaden kommen. Wo denn, wie denn, was denn? Sie sind gerade durch die äußeren Barrikaden gebrochen. Äh, ach du Schein, da kommen ja noch mehr. Halte die Füße in der Basis nicht schnell. Grind und bounce, Baby. Die Knarre gefällt mir gut. Achso, vielleicht soll ich mal gucken, was mein Gerät macht. Alles gut bis jetzt. Wow. Nächste Welle? Mein großer Freund. Setz den Schleuderer mit deinem Flammenkompensator in Flammen. Dann wechsle zu Dirty Harry für das große Finale. Ich muss mehr bauen. Nööööö. Nöööööö. Jetzt vertreten mehr Schaden durch Feuer. Benutzt deinen Flammenkompensator. du musst mehr bouncen wir erreichen jetzt die letzte phase der amp herstellung das wird die ods zum durchdrehen versuch aufzuhören bis der zähler 0 erreicht hat wenn er das tut ab die stehe in unser obercharge unsere fässer werden angegriffen oh gott oh gott die fässer scheibenbeleister lasse nicht das ganze obercharge trinken oh käse ich glaube das habe ich begeigt wir sind fast fertig Grinde und bauze, Baby! Ich fände jetzt rum schon tot. Setz den Schleuderer mit deinem Floppenkompensator in Floppen. Dann wechsel es zu Dirty Harry für das große Finale. Oh, oh, oh. Schlecht. Diese Odis nehmen mehr Schaden durch Feuer. Benutzt deinen Floppenkompensator. Jaha. An einer der Barrikaden ist eine Gruppe von Odis. Benutzt den Floppenkompensator, um sie alle abzuzünden. Du hast jetzt ein paar unterschiedliche Warten. Versende sie. Hey, Alter, sie sind bei den äußeren Barrikaden. Wir erreichen jetzt die letzte Phase der M-Herstellung. Das wird die Odis zum Durchdrehen bringen. Mach dich auf den totalen Wahnsinn gefasst. Versuch auszuhören, bis der Zähler Null erreicht hat. Wenn er das tut, haben wir es geschafft. Oh. Asik Highpensator in Floppenkompensator in Floppenkompensator. Okay, wir sind fast fertig. Na geht doch. Ich muss da alles einsammeln. Haha, das ist ein beklopptes Spiel. Ich finde es gut. Haha, tut mir leid, dass ich dir nichts von der großen Explosion am Ende der Nacht erzähle, aber die alles auslöscht, wollte die Überraschung nicht verderben. Die gute Nachricht ist, es hat funktioniert. Jippie! Gefeuert, Bergenkräfte. Okay, einige von den Amps kann ich schnell kochen. Du musst mir nur die Zutaten bringen und ich kann dir sofort die Amps geben. Geh einfach zur Amp-Kammer und liefere die Zutaten ab, um deinen Amp zu bekommen. Du findest überall in der Stadt mehr Zutaten. Hier ist dein Einkaufszettel. Physi-Ballons sind mit Fluorwasserstoff gefüllt, einer Supersäure, die dabei hilft, die Reagenzien anzuregen. Wer macht denn sowas? Denkende Schuhe sind eine prima Quelle für Schwefeldioxid. Kameralinsen können helfen, Extremopide zu isolieren. Aus Leuchtschildern kann ich radikal ionisierte Partikel gewinnen. Gut für die organische Leitfähigkeit. Wat? Ein paar Spaßvögel haben die Stadt mit Toilettenpapier zugekleistert. Ziemlich blöd, aber gut für uns. Das Zeug ist das perfekte katalytische Substrat. Wenn du Schwierigkeiten hast, irgendwas davon zu finden. Two Headjack verkauft Karten mit den Standorten. Hm, praktisch. Einige Amps brauchen ein wenig länger zum Kochen. Du musst die Fässer verteidigen, während wir sie herstellen. Ich rufe dich an und lass dich wissen, wenn ich deine Hilfe beim Beschützen der Fässer benötige. Stell sicher, dass du diese Amps ausrüstest und lass mich wissen, wie sie dir gefallen. Mhm, Karte, Karte, Karte. Falle, Falle habe ich nicht. Overdrive. Ah, ja. Viel zu tun. Um Gottes Willen. Uiuiui. Protokoll. Smartphones, natürlich Sammelzeugs. Was haben wir denn hier noch? Neue Waffen. Aha, das sind bloß die drei. Rechte auch erst mal. Mhm. Dirty Harry gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. Na gut. Aufgerüstet. Gehts weiter. Was soll mir denn hier das Ausrufezeichen? Hey, weißt du was? Diese Sunnybots verbergen großartiges Putzmittel in ihrem Inneren. Wenn wir sie aufbrechen und uns das Mittel holen, können wir es zur Tiefenreinigung der Fässer verwenden. Das bedeutet bessere Amps für dich und bessere Forschungsdaten für mich. Was stand da gerade auf der Bank? Na los, hebel das Ding auf und hol dir das Putzmittel. Ja, okay. Hier sollten irgendwo noch mehr Sunnyboard-Einheiten sein. Finde sie. Press sie aus und hol dir das Putzmittel. Ja. Da war doch was. Oder auch nicht. Ja. Wozu? Geil. Irgendwo da oben? Ach, da oben. Komm ich denn jetzt auf dieses dolle Haus? Bisschen hektisch, der Bursche. Ich hab hier ein Problem. Ich muss den Betrieb auf den Bauhof am Ende der Straße verlegen. Aber da sind überall Freaks. Kannst du da vielleicht mal aufräumen? Ja, nicht jetzt. So, und wenn du Skepsis, sag nichts von mir, okay? Die Penner haben mich vermöbelt und... Na, sagen wir einfach, wir sind uns schon begegnet. Ey, so ein Dingelchen hier. Sehr schön. Was ist das Spiel? Oh, blablab. Oh, blablab. hallo ach er schon wieder außer mir selbstverständlich steht nicht zum verkauf alte fabrik ok naja gucken kostet ja nix so wo war die karte da ist die karte sehr schön das ist nützlich auf jeden fall wegpunkt funktioniert funktioniert wunderbar hat sich gelohnt ja so sieht's aus so sieht's aus was such ich denn achten roboter hier der putzroboter hier wo ist er denn mensch so wenn ich jetzt ein kleiner stinkiger putzroboter wäre dann wäre ich wo wäre ich denn dann da genau da noch einer erledigt so 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 moment hier ist irgendwo so ein mannequin tatsache auch 150 uiuiuiuiui so 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 schade schade na gut so 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 ganz habe ich es jetzt aber noch nicht gefressen hier mit dem Style. Ach, das ist ja Opa hier. Wo kriege ich jetzt Munition her? Scheiße, mich als der Mist! Wieso treffe ich nicht? Hm. Hm, Toppapier. Nicht übel. Puh. Hier drüben! Ja. Was ist das? Es ist ein Gleiter. Sobald ich es über die Mauer schaffe, werde ich Fiskos Lügen aufdecken und sie büßen lassen. Mauer? Meinst du wirklich, das fliegt? Das hört ihr. Sobald ich noch ein paar Änderungen am Startmechanismus vorgenommen habe. Schlüssel. Okay, du musst hier noch ein wenig mehr anheben. Etwa so? Jetzt halt es so, ich ziehe es fest. Nicht loslassen! Uh oh. Oh 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 oh. Uh oh oh oh. Ich glaube nicht. Tano schreit nach der nächsten Mission. Das hört sich doch gut an. Na Mensch. Das probieren wir doch gleich mal aus. Suche. Suche nach einem Spiel, Alter. Na? So schneller. Oh, ich wollte schon was abbrechen. Dann bin ich ja mal gespannt, was das jetzt wird. Was sind das für Geräusche? Junge, die sehen ja gleich aus. Oder auch nicht. Hey, wo ist der hin? Ich schätze mal, das Ding muss ich jetzt befreien. Genau. Oh. 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 Junge, die stefft. Ja. Oh. 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 Wenn ich jetzt noch einen Gegner hätte... Ah! Na gut, den ersten Platz werde ich wohl nicht machen... Aber warum gibt es jetzt noch nicht? Wie willst du mehr das machen? Huch! Das kriegt noch was Großem! Jawoll! Jippie! Jippie! Dritter Platz! Ja! Kann ich mir leben! Was? Mehr Chaos! Mehr Chaos ist gut! Oh! Ja! 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 Weiter so! Irgendwas war doch da! Ich bereue nicht! Hey! Leck mich, Scab! Ich werde dir weh tun! Wie, das war es schon? Ah ne! Mhm! Ich brauch Steckzerstörung, Stellung rausschalten! Alles klar! Oh! Wo hab ich's jetzt kaputt gekriegt? Den hab ich kaputt gekriegt, cool Ah Uncool Jawohl Auf bars Auf abs Oh, Mensch, die Stunde ist ja schon rum. Äh, hä. Da habe ich jetzt auch gerade die Zeit vergessen, so ein bisschen. Aber nichtsdestotrotz, das war echt eine abgefahrene Stunde. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß wie ich beim Zugucken. Und ja, wie immer, Facebook, Daumen hoch, überall. YouTube, Abos, immer gerne. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Guckt wenigstens dazu mal. Und dann, ja, bis zur nächsten Folge. Oh, Gott, out. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Vielen Dank.